Und... Na... Perfekt! Missolved! Wow! Was ist jetzt so besonderes? Achso, hier. Eine Truhe. Wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen aufpassen mit unserem Inventar. Das nehme ich jetzt nicht alles mit. So. Gut. Unsere Matten... Magierfertigkeiten werden auch immer stärker. Hallo? Oh! 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 Gibt's so was überhaupt? Ich schätze es mal nicht, weil das betrifft ja dann alle Zauber. Aber es gibt ja nur so spezielle. Boah! Schön gemacht! Hier in Missolved. Mundsteinharder. Uh. Lydia. Boah, macht der viel Schaden. War mir irgendwie klar... Äh, ne, ne, ich brauch schon Zaubertränke. Weil mir klar, dass er so viel Schaden macht. Da bin ich auch schon so zurückgewiesen. Was? Nein! Och, nein! Waren wir vergiftet, oder was? Oh. Kristall, verschwunden. Och, nein. Findet Parathus in Ukola. Ja, sterb schneller. Oh, ganz jetzt im Schnelllauf, Leute. Tut mir wirklich leid. So. Komm, Lydia. Mann, da könnte ich mich jetzt wieder aufregen. Komm, Lydia. Schlag einfach richtig drauf. Tut mir leid, Lydia. Immer noch leer. War auch logisch. Lydia. 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 Okay. Weiter geht's, Lydia. Ja. Was habt ihr denn da? Blablablabla, trank. Hier die Falle. Ah, ist diesmal ein anderes Schloss. Really? Ah. Wie gesagt, tut mir wirklich leid, dass ihr die Stelle jetzt doppelt gucken müsst. Ich versuche es da schnell wie möglich hinzubekommen. So, hier hinten war Gold drin, das hat man glaube ich mitgenommen, oder? Ja. Aber die Seelensteine lasse ich mal liegen, wir haben sowieso genug davon. So, und hier müsstest du jetzt schon rausgehen, oder? Ja. Gut, haben wir es wieder geschafft. Knapp vier Minuten. Tut mir leid, dass ihr das alles nochmal gucken musstet. Diesmal speichere ich auch. Mann, oh Mann, ey. Ich hätte das nur nicht gedacht, dass es da jetzt wirklich noch etwas umhaut. Hätte ich so nicht gedacht. Oh, wo war man da noch? Boah, ist ja Ewigkeiten, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass es uns da noch etwas umhaut, um ehrlich zu sein. Boah, dann wurde ich doch noch raus. Lydia. Kümmerst du dich da mal bitte drum? Boah. Oh. So, schnell kann es gehen. Nee. Hier war Mondstein. Okay. Okay. Zaubertrank. Ähm, Zutaten. Salz der Leere. Oh, Vampir-Staub können wir beim nächsten Bedarf auch nochmal wegwerfen. So, weiter geht's. Mies, mies, mies. Boah, das ist wieder so ein Vieh. Nee, das speichern wir wieder. Jetzt speichere ich wieder übertrieben viel. Aber wie gesagt, tut mir wirklich leid, dass ihr jetzt die Stelle doppelt sehen musstet. Aber jetzt die Aufnahme zu beenden für die vier Minuten wäre auch blöd gewesen. Ganz so viel warst du dann auch nicht. Ich habe nur normaler, nicht so ein überpowerter wie gerade eben der. Und jetzt die Aufnahme zu beenden für die vier Minuten wäre auch nicht so ein Vieh. Okay. Perfekt. Weiter geht's. Hallo? Sorry, Lydia. Okay. Okay. Ähm, nee, brauchen wir nichts von. Adapt. Okay, dürfte auch nicht allzu schwer sein. Alles ist hier. Ärgerlich. Ba, 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 ba. La, 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 la. Ich weiß, ich bin dumm, dass ich die mitnehme, aber die sind ziemlich selten. La, 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 la. Oh, really? Duh, 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 dumm, 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 dumm. Schimmelpilz. Blitzresistenz entdeckt in Schimmelpilz. Okay. Schneebeere. Feuerresistenz, oh, kannten wir schon. Riesenflechte. Anfälligkeit für Blitz entdeckt. Ah ja. Darf ich verlaufen? Danke. Das sind übrigens Dreamer. Das sind Abbildungen von denen. Hallo? Okay. Gut. Weiter geht's. Go! Go! Zerstörung verbessert auf 38. Komm, baut die auseinander. Oh, das ist ja so. Go! Ich meine, der Blitzzauber macht mehr Schaden als der Feuerzauber, deutlich mehr Schaden. Aber trotzdem halten wir das so, rechts, links. Weil beides Blitzen würde zu viel Mana kosten und wenn wir halt keinen Blitz mehr anwenden können, weil unser Mana zu erschöpft ist, ist es ganz nützlich, dass wir dann da noch ein Feuerzauber für alle Notfälle haben. Da hinten steht ein Mana-Trank. Bababababa. Mammutstoßzahn. Ausdauerwiederherstellen entdeckt in pulverierter Mammutstoßzahn. Perle. Ausdauerwiederherstellen entdeckt in Perle. Nordranker kannten wir schon. Soll man ein magisches Leichentuch essen? Ausdauerwiederherstellen entdeckt. Okay. Experte. Ah, ich glaub, da war's aber. Uiuiui. Nein! Ah! Perfekt, haben wir Schlosserklein noch mal bessert. Auf 58. Okay. Nee. 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 Wie gesagt, wir sind extrem überladen, deshalb nehmen wir jetzt davon nichts mit. Gut, dann ging's aber da oben regulär weiter. Das war jetzt ein kleiner Bonus-Weg, wenn man so will. Sesam öffne dich. Uh. Das ist eine große Halle. Aber okay. Was genau uns in dieser Halle erwartet, werden wir erst beim nächsten Video sehen, denn das war schon wieder eine halbe Stunde. 28 Minuten, wenn ich mich nicht enttäusche. Da sag ich an dieser Stelle mal, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Gerne einen Daumen hoch. Ansonsten, macht's gut. Bis dann. Auf geht's. Untertitelung des ZDF, 2020